Der zweite große Tag gilt auch den ganzen Vorführern, die uns durch all diese Städte begleiten. Oben ist Ronny, der sich wirklich den Arschluss aufgerissen hat. Vielen Dank Ronny und Rob. Dann wäre dieses Festival auch nicht möglich gewesen ohne Nicole und Petra, die uns auch tatkräftig unterstützt haben. Und wo seid ihr da? Petra, Nicole, wo bist du? Herzlichen Dank. Ein ganz großer Dank natürlich den Sponsoren, The Teen Street, TV Spielfilm und Magna Mana sowie Intro. Ohne Magna Mana gäbe es dieses Festival auch nicht. Die machen die gesamte digitale Bearbeitung für das Festival. Deswegen ein ganz besonderer Dank nochmal an Magna Mana. Herzlichen Dank. Und dann gab es ja den Fresh Blood Award. Oh ja. Und den hat dieses Jahr in Frankfurt gewonnen, der Film Julia X. Oh. Ja, was? Joll. Ich bin auch überrascht. Hat in jeder Stadt einen Amst der Film gewonnen. Aber das macht ja das Festival aus, dass jede Stadt hier den eigenen Volumen hat. Julia X ist gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, das Festival hat ja klassisch angefangen mit, oh Gott, wie hieß der Film nochmal? Don't Be Afraid of the Dark. Danke. Ist mir in Hamburg schon nicht eingefallen. Keine Ahnung wieso. Und das war so ein bisschen Old School, so mit Anleihen von den alten Haunted House und Geisterfilmen. Jetzt geht es mit New School weiter. Das mit der Londoner innerstädtischen Jugend nicht immer zu scherzen ist. Das haben wir mitbekommen. Das werden jetzt auch ein paar Aliens zu spüren bekommen. Wir finden einen herrlichen Abschluss und wird euch bestimmt Spaß machen. Für mehr Infos, fantasyfilmfest.com oder auf Facebook. Wir freuen uns immer über Anregungen, Kritik, aber natürlich auch Lob. Und ja, wir sehen uns dann nächstes Jahr bei den Fantasy Film Fest Nights. Jetzt erstmal viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.